Diese Botschaft, der römische Edelmann, vom Bruder William Marion Branham, wurde im Bruder William Brunham im 21. Juni 1955 in Zürich in der Schweiz gepredigt. Die Predigt wurde während der Originalaufnahme 1955 ins Deutsche übersetzt. Guten Abend, meine Freunde. Ich bin sehr glücklich, heute Abend in Ihrer Mitte zu sein, um zu Ihnen im Namen des Herrn Jesus zu sprechen. Und wir vertrauen, dass unser Herr mit uns sein wird. Bevor wir nun zu ihm kommen, lasst uns aufbieten. Himmlischer Vater, we come to thee in the name of thy beloved Son, the Lord Jesus. Im Namen deines geliebten Sohnes, Jesus Christus, kommen wir zu dir. We express our love to thee. Und bringen dir unsere Herzen voll Liebe. Oh, wir lieben dich. Und wir vertrauen dir, dass uns begegnet heute. Und dass du die Ungerechtesten retten willst. Und die Kranken und Mühseligen heilst. Und wenn wir dieses Gebäude verlassen heute Abend. May we be able to say, like those who came from Emmaus. Wir sagen können wie die Emmausjünger. Did not our hearts burn within us because of his presence. Brandte nicht unser Herz in uns, weil er bei uns war. Do something a little different for us tonight, Father. Oh, Father, tue etwas Besonderes heute Abend. Make it a little unusual. Mach, dass etwas Außergewöhnliches geschieht. That people might know. That the people might know. That God's Son raised from the dead. That God's Son raised from the dead. And is a live of living among us tonight. That he is living among us tonight. For we ask it in his lovely name. We beten es im Namen Jesus. Amen. Amen. Wir lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 1 bis 10. Und es versammelten sich bei ihm die Pharisäer und etliche Schriftgelehrte, nachdem sie von Jerusalem gekommen waren. Und als sie einige seiner Jünger mit Unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen Speiten zu sich nehmen sollen. Die Pharisäer und alle Juden essen nämlich nicht, ohne sich die Hände mit der Baust gewaschen zu haben, indem sie die Überlieferung der Alten festhalten. Und wenn sie vom Markte kommen, essen sie nicht, ohne sich die Hände abgespült zu haben. Und es gibt noch vieles andere, was sie zu halten übernommen haben. Da fragten ihn die Pharisäer und die Schriftgelehrten, warum wandeln seine Jünger nicht nach der Überlieferung der Alten, sondern nehmen mit Unreinen Händen Speite zu sich. Er aber sprach zu ihnen, Treslich hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist weit weg von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, indem sie Lehren vortragen, welche Gebote von Menschen sind. Ihr belastet das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung der Menschen fest. Und er sprach zu ihnen, Prächtig verwerft sie das Gebot Gottes, um eure Überlieferung zu befolgen. Denn Mose hat gesagt, Ehre deinen Vater und deine Mutter, und wer Vater oder Mutter flucht, soll des Todes sterben. Der Herr möge seinem Wort seinen Segen geben. Es tut mir leid, dass ich ein wenig verspätet gekommen bin heute Abend. Aber es war ein sehr rauer Tag heute. Und wir sagen ihnen, dass die Leute, die wünschen, dass man mit ihnen betet morgen, dass sie früher hierher kommen können und hier in den vordersten Stühlen Platz nehmen können. Sie sind für die Kranken reserviert. Nach 6 Uhr können sie kommen, Bevor die anderen Menschen kommen. Ich denke kaum, dass wir heute Abend Karten verteilen können. Aber morgen werden wir mit den Kranken beten, wenn der Herr es gestaltet. So denke daran, komme früh genug. Das bedeutet, dass diejenigen um 6 Uhr hier sind, die Gebetskarten empfangen wollen. Von 6 bis 7 Können Sie hier sein, auf diesen Stühlen. Aber bitte nehmen Sie Platz auf den Stühlen. Aber heute will ich nun über ein großes Ereignis sprechen. Und das ist dieses Erlebnis jenes Edelmannes. Er war ein Heidi. Und er wusste nicht viel über die jüdische Religion. Aber er hatte von Jesus gehört. Und sein Servant war sehr schick. Und sein Diener war sehr krank. Und auf alle Bälle hatte er Glaube an Jesus Christus. Und er hat nach Jesus gefragt. Bitte seht diese Herzenstellung an. Er ist nicht zu Jesus gekommen, dass Jesus ihn besuchen müsse. Er sagte, ich bin unwürdig, dass du zu mir kommst. Ich möchte, dass auch ihr diese Herzenstellung habt. Dass sie nicht mit einer herausfordernden Stellung zu Gott kommen können und dann einfach von ihm etwas erwarten wollen. Wir müssen ehrfürchtig zu ihm kommen. Und demütig. Und dann will Gott dir begegnen. Und dann wirst du auch empfangen, was du gebeten hast. Und das war die Herzenstellung dieses römischen Edelmannes. Schau doch, wie er dem Herrn Jesus begegnete. Er sagte, ich bin unwürdig, dass du unter mein Dach kommst. Und als ich selbst habe, ich mich nicht würdig gefühlt, zu euch zu kommen. Er sagte, sprich das Wort. Er sagte, ich bin nämlich auch ein Mann, der gehorchen muss. Und der Diener unter sich hat, wenn ich sage, zu diesem geh. Und zu dem anderen komm. Und sie gehen und kommen. Dann gehen sie und kommen sie, wie ich befehle. Frage du nur ein Wort. Und dann wird mein Diener gerettet sein. Bitte schau diese Herzenstellung an. Dieser Römer, der die Befehlsgewalt kannte. Er wusste, dass alle seine Untergebenen ihm zu gehorchen hatten. Und in seinem Zeugnis sagte er, dass Jesus Christus der Herr aller Krankheiten war. Die Krankheit muss ihm gehorchen. Just the same as he could make his soldiers obey him. Genauso wie die Soldaten dem Hauptmann gehorchen müssen. Wenn ein Soldat dem Hauptmann nicht gehorcht, dann wurde er mit dem Tode bestraft. Und er anerkannte diese selbe Stellung Jesu Christi der Krankheit gegenüber. Darum sagte er zu Jesus, sprich nur ein Wort. Hat er auch gelesen, als er beten sollte für die Tochter des Jairus? Jairus war ein Jude. Und er wurde getrennt, dass man die Hände auf die Leute legen müsste. Jairus sagte, komm und lege deine Hände auf meine Tochter, damit sie gerettet wird. Er ist eben als Jude gelehrt worden, dass man Hände ablegen müsste. Aber die Geheisen, haben sie gelehrt, dass es Kraft gibt und Befehlsgewalt. Es kommt darauf an, was du wirklich glaubst. Beide glaubten an Jesus Christus. Der eine sagte, sprich ein Wort, und dann wird es geschehen. Der andere sagte, lege deine Hände auf, so wird es geschehen. Es kommt darauf an, was du glaubst. Und genauso soll es auch heute Abend geschehen. Viele von ihnen haben diese Idee, dass wenn man mit den Kranken betet, dass eine Kraft ist in dieser Person, die betet mit den Kranken, die sie heilt. Aber das ist ein Irrtum. Die Kraft ist in Christus, der die Kranken heilt. Sein Tod auf Golgatha, er zahlte den Preis für alle Sünden und Krankheiten der Welt. Und wer immer an diese Versöhnung glauben will, die Macht, kann haben, wonach es ihn verlangt. Aber das Unglück liegt, die Not liegt bei den Leuten selbst. Es ist ein Mangel am Glaube. In den Tagen, als Jesus Christus im Fleisch war, sagten die Leute, er kann die Kranken heilen. Aber wenn er einem Mann die Sünden vergab, sagten sie, das kann nicht geschehen. Der Teufel hat das eben gerade verkehrt getan. Sie sagten, er kann Sünde vergeben, aber er kann nicht Krankheiten heilen. Gerade das Umgekehrte davon. Aber Jesus Christus starb auf Befehl Gottes. Er wurde verwundert für unsere Übertretungen. In seinen Wohnzeln sind wir geheilt. Und es ist ein persönliches Beschichtstum jedes Gläubigen. Glauben Sie das. Ich bin nicht gekommen, um dich zu verführen. Ich komme hier wegen der Bibel. Ich komme, um die Bibel zu predigen. Und Gott ist hier zu machen, dass Sie es verstehen, indem Sie die Bibel vertreten, die Bibel gesagt hat, dass er es würde. Damit Sie diese Bibel eben besser verstehen können, bestätigt er sie, genauso wie die Bibel es sagt, durch Zeichen und Wundern. Ich glaube, dass er heute genauso heilt, eben wie damals. Die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Wenn er damals heilen konnte, dann kann er auch heute heilen. Und wenn es ein Morgen gibt, kann er auch morgen heilen. Wenn er gestern von Sünden retten konnte, he will save from sin today, kann er auch heute von Sünden retten, und auch morgen von Sünden retten. Aber all dies wurde erworben, auf Golgatha. Dort wurde das ganze Problem gelöst. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, wie uns in der Bibel gesagt wird, die Bibel ist entweder richtig oder unrichtig. Die Bibel aber sagt, Jesus ist derselbe gestern, heute und für immer. Wenn das aber wahr ist, dann ist er grundsätzlich derselbe, derselbe in Kraft, derselbe der Rettet, derselbe der Heil. Er will heute tun, genau dasselbe das er gestern tat, und all diese Kraft, all diese Werke, wird er tun, denn er ist nicht tot. Er ist vom Tode auferstanden. Und auch bevor er starb, hier ist die Statement, er machte er diese Behauptung, geht in alle Welt, und predigt das Evangelium jeder Kreatur. Wer glaubt und getauscht wird, der soll gerettet werden. Und wer nicht glaubt, der soll verurteilt werden. Soweit gehen, normalerweise die Diener Gottes predigen. Ich erwähne diesen Bibelabschnitt aus Markus 16. Aber Jesus sagte noch dies, Diese Zeigen sollen den gläubig gewordenen folgen. In meinem Namen sollen sie die bösen Geister austreiben. Und andere große Zeigen gab er ihnen an. Die Hände auf die Kranken legen, dann sollen sie gesund werden. Die ersten zwei oder drei Dekaden, nachdem die Bibel geschrieben worden war, da erlebte man es noch, dass Zeigen den gläubig gewordenen Nachfolgten. Dann, nachdem die ersten Nachfolger der Apostel gestorben waren, hat man angefangen, die Kirche in eine Denomination zu verwandeln. Und hat die Brüderschaft aufgebrochen. Wie Logen hat man da dazwischen gebracht. Und man hat Verschiedenes aus dem Evangelium herausgebrochen. Bis heute fast alles herausgenommen worden. Aber ich sage Ihnen heute Abend, dass die Bibel genauso wahr und heilig ist heute Abend, wie sie immer war. Ich bin bereit, mein Herz und mein Leben als Garantie hinzulegen für alles, was darin steht. Ich glaube es. Es ist das inspirierte Wort Gottes. Und als Jesus hier auf der Erde war, Sie verstehen, dass er nicht eine große Person zu sein kann, was er wollte. Ihr wisst ja, behauptet er nicht, eine große Person zu sein, die alles tun konnte, was er wollte. He said in St. Mark 5,19 Markus 5,19 Jesus said, Da sagt Jesus, I can do nothing in myself. Ich kann nichts aus mir selber tun. Erst, der Vater zeigt mir Zuerst zeigt mir der Vater und was ich den Vater tun sehe, das tut der Sohn gleicherweise. So war es eine Vision, dass Gott seine Sohn was zu tun tun hat. So war es eine Vision, die Gott seinem Sohn zeigte, was er tun solle. Search the Scriptures tomorrow. Untersuche morgens die Bibel. See if any prophet or at any time. Untersuche, ob irgendein Prophet zu irgendeiner Zeit. If ever they went out and possessed that power within themselves. Wenn immer sie hinausgegangen sind, diese Kraft von sich selber haben konnten. No, never. Nein, nie und nimmer. Gott gab ihnen immer Aufträge, Visionen, was sie tun sollten. Jesus, when he was here, als Jesus auf der Erde war, schaute er seine Zuhörer an und diejenigen, die Glauben hatten, denen sagte er, Dein Glaube hat dich geheilt. When they come to him on his prayer line, wenn sie zu ihm kamen, diese vielen Kranken, he would know what was wrong with them. So wusste er, was krank war an ihnen. And he said, now these things that I do, sollt ihr auch tun. Und ihr sollt noch Größeres tun, als ich getan habe. Wenn ich gehe zu meinem Vater. Er sagte, noch eine kleine Weile und die Welt wird mich nicht mehr sehen. Aber ihr sollt mich sehen. Nun seht, er hat die Menschheit in zwei Klassen getrennt. Eine Klasse heißt die Welt oder die Ungläubigen. Die werden ihn nie mehr sehen. Und dann sagte er aber, aber ihr sollt mich sehen. Das sind die Gläubigen. Or he said, ich will mit euch sein, in euch sein sogar, bis ans Ende der Welt. Doesn't that make him the same yesterday, today and forever? Er ist hier in der Form des Heiligen Geistes. Wir leben in herrlichen Tagen. Wir leben in den Tagen gerade vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Ich sage Ihnen das nicht, um Ihnen Angst zu lösen. Wenn dein Herz in Ordnung ist mit Gott, dann bräuchst du dich auf sein Kommen. Wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, dann werdet ihr nie mehr einen Krippel sehen. All the old man, der ganze alte Mensch und der alte Mensch, alle alten Frauen und Männer werden junge Männer und Frauen werden. Death is what put old age on you, like it is. I only wish I could speak your language. How would love to show you that in the scripture? Wie möchte ich euch das zeigen in der Bibel? Es ist sehr schwierig, durch einen Übersetzer zu sprechen. Es braucht die doppelte Zeit. I hope you understand. Aber ich hoffe, dass ihr mich trotzdem versteht. I put my trust in the Lord Jesus. Ich habe mein Vertrauen auf den Herrn Jesus gelegt. That he will send his Holy Spirit tonight. Dass er heute Abend seinen Heiligen Geist sendet. And will prove to you that I have told you the truth. Und euch beweisen wird, dass ich euch die Wahrheit gesagt habe. Now listen closely. Nun hört doch einmal zu. The boy put a sign here that he did give out some prayer cards. Tell him that they are. Es gibt Gebetskarten. So we will have a prayer line now. Wir werden also eine Gebetslinie haben. Sein Sohn hat Gebetskarten herausgegeben. Now, I want to ask you something. Nun möchte ich euch etwas bieten. In einem gewissen Sinne bin ich ein Fremdling für Sie. I come for thousands of miles away. Tausende von Meilen bin ich hierher gereist. I come by invitation. Ich kam durch eine Einladung. I was invited. Ich bin eingeladen worden. In my own nation. In my own nation. In my office the other day. In meinem Büro, als ich saß vor einiger Zeit. There were 400 major cities calling. Da waren 500 Bürgermeister, die angerufen haben. 400 Bürgermeister. Afrika and all over the world. Von Afrika und von der ganzen Welt. I am here because I feel that I could help you to love the Lord Jesus. Aber ich bin nun zu euch gekommen, weil ich gefühlt habe, dass ich euch helfen könne, den Herrn Jesus Christus zu lieben. I do not believe that there is any person in here normally, sanely, that would want to die and go to a place of punishment. Hell. Ich glaube nicht, dass jemand ist von Ihnen, der normal ist, als gesunden Verstand, der an einen Ort der Verdammnis gehen möchte. You all want to go to heaven, every one of you. Ihr alle möchtet einmal ins Himmelreich kommen. If I wasn't here for the good part, wenn ich euch dazu nicht helfen kann, I never come to take money. Ich komme ja nicht, um Geld zu holen. I do not take money. Ich nehme kein Geld. I never come for popularity. Ich komme auch nicht, um geehrt zu werden. I come because the love in my heart for you, of God. Ich komme nämlich deswegen, weil die Liebe Gottes mich zu euch getrieben hat. And I know that someday at the judgment seat of God, I'll have to give an account for what I say. Eines Tages muss ich aus diesem Gerichterschein und Rechenschaft ablegen. Und dann ist es gut, I will be home tonight with my wife and two little girls. Ich möchte lieber mit meiner Frau und mit meinen Kindern zu Hause sein heute Abend. And there are thousands of places to be preaching. Und tausende von Orten gibt es, wo ich predigen darf. We just closed a 10-day revival. Wir haben gerade eine 10-tägige Erweckungszeit hinter uns, wo 42.000 Leute gekommen sind. So seht ihr, dass ich wirklich hier gekommen bin, um ihnen zu helfen? Nun, wenn ich Jesus Christus richtig euch vorgestellt habe, und wenn ich über die Erde reise, dann finde ich Heisen, die eben ihre eigenen Götter anbieten. Nun, vielleicht hier, als Katholik, als Lutheraner, als Baptist, als Pfingstler, und vielleicht auch vielen anderen Denominationen. Aber im Allgemeinen betet ihr alle denselben Gott an. Aber es gibt noch Mohammedaner, die glauben nicht an Jesus Christus. Und dann gibt es Buddhisten, und sieben und jenes viele hunderte anderer Religionen. 40 in Afrika. Da habe ich tausende gesehen, mit Nadeln in ihren Armen mit Blut bespricht. Sind sie aufrichtig? Bei weitem aufrichtiger als wir, die wir uns Christen nennen. Und dort an Gangestrom. Da habe ich Mütter gesehen, die ihre Kinder den Krokodilen vorgeworfen haben als Opfer für die Götter. Das ist ein wenig mehr, als ein Christ tun würde. Ich meine, ein wenig mehr aufrichtiger. In Indien, da legen sie sich hin, dass sie geschmärkt werden. Sie gehen durchs Feuer hindurch. In China, da brechen sie ihre Füße und spalten ihre Zunge. Sie verunstalten sich, sie zerschneiden sich. All diese vielen Dinge repräsentieren ihre Götter. Und dort ist das Christentum die wahre Religion in der ganzen Welt. Diese alle beten Götter an. Sie haben ja auch kein Buch, aber dieses Buch hat kein Leben. Wenn du den Heiligen Geist aus dem Christen Erlebnis herausnimmst, dann haben wir nicht mehr, als sie haben. All ihre Gründe sind tot und begraben. Aber Jesus auferstand vom Tod. Er sagte, ich werde euch nie verlassen. Ich werde euch nie im Stich gelassen. Ich werde mit euch sein. Und er ist heute Abend mit uns. In der Kraft seiner Auferstehung. Ich weiß. Und ich möchte, dass ich glaub. Und so viele, die hier sind, wenn der Herr Jesus will, dann kommt und saugt uns. Und wir werden die selben Dinge tun, die er tat, als er hier auf der Erde war. Willst du ihn annehmen als dein Heiland und Herrn? Dann werden wir einige gute Gemeinden aufbauen. Und in dieser Gemeinde wirst du dann für den Rest deines Lebens leben. Wenn du dies dem großen Gott des Himmels versprechen willst, wirst du es an deiner Hand aufhalten. Danke. Können nun alles verstehen heute Abend? Diejenigen, die überhaupt nicht verstehen, wenn es besser ist, dann winkt mit den Händen. Es ist nur in der Mitte. Jetzt, nur einen Augenblick. Jetzt, auf meiner rechten Seite. Wenn Sie beide von uns richtig hören können, winken Sie mit den Händen. Nun auf der linken Seite. Nun auf der linken Seite. Danke vielmals. Nun hier in der Halle vor uns. Danke vielmals. Nun hier in der Halle vor uns. Nun hier in der Halle vor uns. kommen wie dieses. Und vielleicht sind die Brüder eben auch nicht geübt solche Veranstaltungen. Es ist sehr schwierig. und ich bin sicher, dass Sie mir alle helfen wollen. Nun hier in der Halle vor uns. Nun hier in der Halle vor uns. Was ist das? Was ist das? Verstehen Sie mich immer noch nicht? Nein. 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 They don't hear it. Nein. 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 Let's turn over this way. Dann wollen wir wieder auf dieser Seite versuchen. Ist das nun besser? Raise your hand. Haufen Ihre Hände aus. That is better. Cool. All right. Now, they'll be working on it again tomorrow. Morgen werden wir diese Mikrofonanlage noch einmal überprüfen. It's saying that we cannot help here. And I certainly want to thank you all. Ich möchte euch sicher allen danken with all my heart from ganzem Herzen as a Christian brother to you as a Christian brother to you for cooperating with us for your Mitarbeit and sticking by us in these times of trouble and that they in these Schwierigkeiten mit uns aufgehalten haben. and they're doing all they can to make it right. Und sie werden morgen alles tun, was sie können, um es besser zu machen. If the crowds grow to the end of the week, wenn die Zuhörerschaft weckt bis am Ende der Woche, I will ask them to get the stadium, dann will ich bitten, dass das Stadion, I think the acoustics are better there, dass man ein anderes Stadion bekommt, wo die Akustik besser ist. God bless you. God segne euch. Now we pray. Nun lasst uns beten. Dear Lord, lieber Herr, help us now. Help uns jetzt. We need these so much. Wir brauchen dich so sehr. And we pray that you will help us in these matters. Und wir beten, dass du uns in diesen Schwierigkeiten hilfst. We want all your children to hear the word. Wir möchten, dass alle deine Kinder das Wort verstehen. And make it plain to them, Father. Mach es ihnen verständlich, Father. In Jesus' name we pray. Im Namen Jesu bieten wir dich. Amen. Amen. Now, if everyone will be on the alert. Nun soll jedermann gut aufpassen. And just hurry for a few moments longer. Während einigen Augenblicken noch warten. Now, if Jesus is here tonight, wenn Jesus hier ist heute Abend, and if he will show himself here at the platform, und wenn er sich offenbaren wird, hier auf dem Podium, will you then what he does here at the platform, that's what he wants to do out there. Wollen Sie dann verstehen, dass das, was er hier auf dem Podium tut, dasselbe ist, was er auch bei Ihnen an Ihrem Platz tun will. Now, when he's doing something here at the platform, wenn er nur etwas tut hier auf dem Podium. Now, it is not the sign that it has to be done to everyone. Es ist nicht, dass das nun jedem Einzelnen getan werden muss. Do you understand, my Christian friends? Versteht ihr, meine christlichen Freunde, the only thing this is to do, das Einzige, womit wir es zu tun haben, is to let you know, ist, dass sie wissen, that Jesus is here, dass Jesus hier ist. He knows everyone of you. Er kennt jeden Einzelnen von euch. He's fed you all the food that you ever eat. Er sorgt für euch und gibt euch die Nahrung, die ihr esst. And if you'll do something to show that he is here, und wenn er etwas tut, um euch zu beweisen, dass er hier ist, then you accept him, dann nehmst du ihn an. If you will do that, wenn sie das tun wollen, von ganzem Herzen, this whole row of sick people, dann alle diese kranken Leute hier will go out of the building tonight well. Können sie geheilt nach Hause gehen. I cannot do it myself. Ich kann es aber nicht selber tun. I can only represent him. Ich kann nur als Vertreter Gottes hier sein. It's your faith in him. Es ist ihr Glaube an ihn. Jesus sagt, that faith has made thee whole. Jesus sagt, dein Glaube hat dir geholfen. Not he did make them whole. Nicht er hat sie geheilt. Their faith made them whole. Ihr Glaube hat sie geheilt. Und wenn Nathanael came to him, als Nathanael to him kam, Jesus hatte ihn nie gesehen vorher. Und er sagte, there is an Israelite, and who is no God. Er sagte, da ist ein wahr Israelite, ohne falsch. Wenn ich heute Abend in der Schweiz bin, I'd say, there is an honest man. Und ich würde nun sagen, dort ist ein ehrlicher Schweizer, which is a believer, der ein Gläubiger ist. Und Nathanael sagte, when did you know me, Rabbi? Und Nathanael sagte, wann hast du mich gesehen, Rabbi? Er astonished ihn. Es verwunderte ihn. Wie hat dieser kleine Mann dort stehen können, hat ihn ja nie gesehen vorher, would know that he was an honest man and a believer. Wie hat er gewusst, dass er ehrlich war und ein Gläubiger war? Er sagte, wann hast du mich dann gekannt, wann hast du mich gesehen? Und Jesus sagte zu ihm, bevor Philippus die Ries, warst du unter einem Baum im Gebet. Und dann sagte Nathanael, du bist der Sohn Gottes, der König Israel. Aber was sagten die Juden? Er ist ein großer Teufel. Er ist Beelzebub. Er ist Beelzebub. Er liest die Gedanken der Leute. Weil sie fürchteten um ihre Popularität in der Gemeinde, in der Kirche. Liebe Freunde, ich glaube heute Abend, dass ihr die Stellung einnehmt, die Philippus hatte, und dass ihr erkennt, es ist ihm, nachdem Jesus den ersten vom Tode auferweckt hatte, he walked with two of the disciples. Nachdem Jesus vom Tode auferstanden war, ging er mit zwei seiner Jünger most of the day, während des größeren Teils des Tages und redete mit ihm. And they did not. Und sie erkannten ihn nicht. Christian, he's walked with you too many times and you don't know it. Oft ist er mit euch gegangen und ihr habt ihn nicht erkannt. But when they invited him in, aber als sie ihn einladeten, mit ihm zu gehen, the doors shut behind them, nachdem die Türen geschlossen waren, then Jesus done something. Da tat Jesus etwas. Then he alone did it that way. Dass er allein auf diese Art tat. And those disciples realized that that was Jesus. Und diese Jünger haben festgestellt, dass es Jesus war. And he vanished out their side. Und dann ist er ihnen entflohen. How many has ever read that scripture? Raise up your hand. Diese, die diese Bibelstelle kennen, die sollen einmal ihre Hand aufhalten. That is fine. That is fine. Now, if Jesus denight, wenn Jesus heute Abend, won't you invite him in? Kommt, willst du ihn einladen? Into your heart? In dein Herz hinein? And see if he doesn't do something just a little different than the ordinary man does. Und willst du sehen, ob es etwas tut, das dich unterscheidet von dem, was die Menschen tun? And then accept it. Und dann nimm ihn an. And you'll be made well. Dann willst du gesund werden von your sin, von deinem Krankheit. Das unbelief. Das ist Unglaube. Sin, unbelief is the only sin. Unglaube ist die einzige Sünde. You just do evil because you do not believe. Du hast die Sünde getan, weil du nicht glaubst. You do good because you do believe. Und du tust gut, weil du glaubst. Either faith or unbelief. entweder Glaube oder Unglaube. What did you want to ask me to do that? See? The boys have just said they gave out prayer card B. Mein Sohn hat mir gerade gesagt, dass Karten ausgegeben worden sind mit dem Buchstaben B. Now, each one that has a prayer card, jeder Mann, der eine Gebetskarte hat, take it out in your hand. Nehmt sie in eure Hand. Look on it. Schaut sie an. You'll find a letter B. Ihr werdet den Buchstaben B finden. Now, last night, we had A. Gästen halten wir auf. And tonight, they have B. Heute halten wir B. Now, who has prayer card B1? Raise up your hand. Wer hat die Gebetskarte B1? Der Halt ist eine Halt. B1. 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 All right? Prayer card B1. B1. You're up here. Up in the audience. B1. All right? B1, come right here. Bitte, B1, kommen Sie hier nach drüben. Wenn Sie Karte B1 haben, dann kommen Sie hier. Prayer card B1. Gebetskarte B1. Kommen Sie hier nach drüben. I'll just call them one at a time. Ich rufe einen um den anderen. Then there's no confusion. Dann wird es keine Verwirrung geben. All right? B1. Gut. B1. And now, while that one is coming, währenddessen diese Person kommt, let me speak to you just a moment. Möchte ich noch einen Augenblick sprechen? All right. Now, our Lord Jesus being here, and now what if someone come on the platform where the Lord Jesus was? Der Herr Jesus Christus ist nun hier, und wenn jemand hier auf die Plattform kommt, and what if someone, if someone say, could you heal me, Jesus? Und wenn der Herr Jesus hier wäre, und jemand würde sagen, Herr Jesus, kannst du mich heilen? What would Jesus say? Was würde Jesus sagen? I want to ask you a question. Ich will euch diese Frage stellen. Would he say, yes, I can heal you? Würde er sagen, ja, ich kann dich heilen? You say no. Er würde sagen, nein. I did that 1900 years ago when I died for you. Ich habe das 1900 Jahre getan, 1900 Jahre zurück, als ich für dich starf am Kreuz. is that number one? Is that number one? Now B number two? Nun B Nummer zwei, bitte. Would you stand up and come forward? Stellen Sie auf, bitte, und kommen Sie nach vorne. B zwei. All right. Good. Number three, B three. B drei, bitte. Wieso? Kommen Sie bitte. B drei. B four. B vier. B five. Raise up your hand. Wave your hand so we can see. B fünf. Pausen Sie die Hand aus und winken Sie damit, wir sehen können. B fünf. B six. B six. Kommen Sie B fünf. B six. Raise up your hand. Halsen Sie die Hand aus. B six. B six. B seven. B seven. Raise up your hand. Halsen Sie die Hand aus. If you do not want to come in the prayer line, do not accept a prayer card. Nun, wenn Sie nicht in die Gebetslinie kommen wollen, dann nehmen Sie keine Gebetskarten an. There cannot be to change one to another. Sie können Sie nicht austauschen gegen andere. You must come and receive your own card and hear instructions. You cannot take it after someone else. Du musst selber kommen und hören, was du tun musst und nicht jemand anderem geben. You must hold your own card. You must eine eigene Karte haben. Do not change it with anyone. Und tauscht sie nicht untereinander auf. It will be turned back at the line. Am Schluss muss man sie zurückgeben. You must hold your own card. Everyone can have a card. Haltet eure eigenen Karten bei euch. Now number 8B, number 8, 8, number 8, number 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 25, 26, 25 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 Ich denke, das ist das, was wir alles mal nehmen können. Und ihr, die ihr hier seht, kommen Sie morgen früh genug, kommen Sie mit Ihren Angehörigen, damit Sie Ihre Gebetskarte bekommen können. So kann man mit Ihnen beten dann. Wenn Sie zum Arzt gehen müssen, dann gehen Sie auch zu irgendeiner Stunde des Tages. Die Ärzte haben wahrscheinlich getan, die lieben Ärzte, alles, was sie tun konnten. Nun müssen Sie Jesus vertrauen. Wie viele sind hier, die keine Gebetskarten haben und krank sind, die möchten, dass Jesus sie heiligt? Danke. Danke. Just about 2,000. Mindestens 2,000. Now. Nun, every one of you wants to be well tonight. Wenn Sie geheilt werden wollen heute Abend, jedem anderen geheilt werden will, then listen to me as his servant. Hören Sie mir zu, der ich der Diener des Gottes bin. Ich sage euch die Wahrheit. You don't look to me. Müsst nicht auf mich schauen. Look to who I'm talking about. Schaut auf den, über den ich rede. Jesus Christ, the Son of God. Jesus Christus, der Sohn Gottes. You look to him. Schaut ihn an. And while you're doing that, und währenddem ihr das tut, you start praying out there. Dann fangst auf zu beten. And say, God. Und sagst, God, confirm my faith tonight. Bestätige meinen Glauben heute Abend. And if Brother Branham will turn around and tell me what I've done in my life or some other reason I can't be healed or what I should do, I'll accept it. Und wenn Brother Branham sich umdreht zu mir und mir etwas aus meinem Leben erzählt oder mir sagt, warum ich nicht geheilt werden kann, dann will ich es annehmen. The reason I say that, Christian, Franz, der Grund, warum ich nicht sage, dir Christen, he told me that night while he was standing by me, er sagte mir, währenddessen er neben mir stand, and it is the truth und es ist die Wahrheit. It declared all around the world, es hat sich bestätigt auf der ganzen Welt, I'm a poor man, ich bin ein armer Mann, and without education, ohne Bildung. But when I was born, aber als ich geboren wurde, my forefathers were Catholics. Meine foreltern waren Katholiken, come from Ireland. Die kamen von Irland. And when I was born, und als ich nun geboren wurde, there was a light, a big light hanging over the road trip that I was born in, war ein großes Licht über diesem Haus, in dem ich geboren wurde. My father and mother mostly fainted. Mein Vater und meine Mutter sind fast ohnmächtig geworden. And all my life, und während meines ganzen Lebens, er hat been with me, ist dieses Licht mit mir gewesen. I did not go to church, ich bin nicht zur Kirche gegangen, until I was about 23 years old, bis ich etwa 23 Jahre alt war. Er hat mich gesehen, und er hat mich gesagt, und er hat mich gesagt, und er hat mich gesagt, ist mir begegnet, und hat mir die zukünftigen Dinge gesagt. And then, und dann, one night, eines Nacht, while I was praying, währenddessen ich betete, here hung the slide in, kam nun dieses Licht, and there was a great man walking in the light, und in diesem Licht war ein großer Mann, dark hair down to his shoulders, und schwarze Haare bis zu seinen Schultern, smooth face, und ein liebliches Gesicht, a white robe on, und einen weißen Ruck, und seine Arme so gefaltet, und er sagte mir, ich fürchtete mich, und er sagte, fürchte dich nicht, ich habe diese Stimme gehört, seitdem ich ein Knabe bin, aber ich hatte ihn nie gesehen, ich habe so etwas wie einen Wind gesehen, oder Wolken, wenn es redete, ist er, I am setz in the presence of God, und er sagte, ich komme von der Gegenwart Gottes, to tell you, ob euch zu sagen, that you are to pray for sick people, und dir zu sagen, dass du für die Kranken beten sollst, to all the world you'll be sent, und du wirst in die ganze Welt gesandt werden, and great novels will take place, und große Wunder sollen geschehen, that get the people to believe you, aber mach, dass die Leute glauben, und dann sei aufrichtig, wenn du betest, und keine Krankheit, dann stand bevor a prayer, kann diesen Gebet standhalten, ich sagte, Herr, nein, es war keine Vision, der Mann stand da, und genau so wahrhaftig, wie ich hier bin, ich weiß, was Visionen sind, das war keine Vision, und er sagte, ich sagte, Herr, ich wohne unter meinem Volk, ich habe keine Bildung, ich kann nicht gehen, er sagte, du wirst mit Königen und Monarchen beten, und ich habe es getan, ich habe mit vier Königen beten, große Zeichen und Wunder sind geschehen, und ich sagte, Herr, sie werden mir nicht glauben, und er sagte, so wie dem Moses eine Bestätigung gegeben worden ist seiner göttlichen Sendung, so wo auch dir ein Zeichen gegeben wird, so wo auch dir ein Zeichen gegeben wird, so wo auch dir ein Zeichen gegeben wird, er sagte, du wirst die Krankheit der Leute kennen, und wenn sie das nicht glauben werden, dann kennst du auch die Geheimnisse ihres Herzens, I said, that's what's always puzzled me, my ministerbrothers said it was wrong, das ist das, was mich immer verwirrt hat, die verschiedene Brüder sagten, es sei verkehrt, and he spoke straight then, und dann sprach er sehr gerade heraus, he said, as it was in the first coming of Jesus, so wie es beim ersten Kommen Jesu war, so is it at the second, so wird es auch beim zweiten Zeichen, the ministers did not know their day of visitation, die Prediger haben nicht, die Priester, die Geistlichen haben nicht diese Tage gekannt, in denen der Herr sie heimsuchen wollte, and then he referred to the scriptures in the Bible to show that that's what Jesus did, und dann zeigte er mir die Verse in the people, die darauf Bezug nahm, he said, I'll be with you, und sagte, ich werde mit dir sein, I said, I shall go, und ich sagte, ich werde gehen, und so ging es, there have been tens of thousands und thousands of people saved in the earth, tausenden, tausende sind gerettet und geheilt worden, ihr wart da tonight, wenn ich sterbe heute Abend, and this is my last night on earth, und wenn dies die letzte Versammlung ist, my word has been true, dann sind meine Worte wahrhaftig gewesen, the scientific world has not the picture of it, die Wissenschaft hat das Bild davon genommen, we have it here, we have it here, und es ist in Washington vor der Regierung bewiesen worden, the hall of religious art, und der ganzen religiös in einer besonderen Halle, das einzige übernatürliche Wesen, das je fotografiert worden ist, dann wird die Kirche es kennen, over the world, auf der ganzen Welt, over your heart, öffne dein Herz, and you shall see you, dann wirst du es auch sehen, our Father, unser Vater, we ask thee now, wir bitten dich jetzt, mit deinem Knecht zu sein, und gib Gnade in den Augen, die dazuhören, dass sie erkennen können, dass du Jesus Christus bist, der Sohn Gottes, und ich bin dein Diener, im Namen Jesu, Amen. Amen. Es ist sehr schwierig, dieser Teil des Gottesdienstes, durch einen Übersetzer, ich kann nicht auf ihn warten, bis er übersetzt hat, weil ich unter der Salbung des Geistes bin, dann weiß ich nicht mehr, wo ich bin, wenn ich eine Vision sehe, bitte seid ehrfürchtig, und verlasst eure Blödsinnicht, und schaut dich hierher, ich werde nicht sehr lange hierbleiben, beglaubt, und ganz im Herzen. Hier steht ein Mann vor mir, den habe ich noch nie gesehen, in meinem Leben. Wir sind Fremdlinge. Wenn das wahr ist, halte deine Hand auf. Nun, wenn Jesus Christus, der nun gegenwärtig ist, und der Mann selber, weiß, dass nun etwas geschehen soll, er weiß, dass er in der Gegenwart ist von jemandem, auf jemand anderes als sein Bruder. Wenn das so ist, dann halte deine Hand auf. Ich möchte, dass die Zuhörerschaft in diese Gegenwart Gottes hineinkommt. Dieses Licht, von dem ich spreche, ist nun zwischen dem Mann und dem Mann. Es ist dieselbe Feuersäule, die der Volk Israel bürgt. Wenn Gott nun offenbaren will, wenn Jesus zum Beispiel hier stehen würde, und er hätte diesen Anzug, den ich trage, und wenn sie sagen würden, Jesus, ich möchte, dass du mich heilst, dann würde Jesus sagen, ich habe das schon getan, als ich am Kreuz ist. Und er würde sagen, glaubst du das? Heilung und Rettung ist auf Kolkata getan worden. Der Grund, warum ich mit ihnen spreche, ist derselbe Grund, aus dem Jesus zur Samariterin sprach, bis er ihre Not herausgefunden hat. Wenn er ihr Not herausgefunden hat, dann sagt er ihr ihre Not. Und es kam nun darauf an, was sie dachte über diesen Ausspruch Jäsen. Ob sie es annahm oder nicht. Wenn Gott mir nun diese Zuhörerschaft verheben, was das Mann ist hier für, will du es gleich dann mit all deinem Herz dass ich die Wahrheit über Jesus Christ wenn Gott mir nun offenbart, was dieser Mann für eine Krankheit hat, wollen sie dann glauben, dass Jesus Christ hier ist? Wenn sie das tun, dann halten sie ihre Hand und ihr auch? Wollt ihr es dann auch glauben? Das ist einer eurer Brüder. Ich kenne ihn nicht. Aber nun geht der Mann von mir weg. Der Mann geht von mir weg. Er hat eine Not an seiner Seite. Es ist ein Krebs. Es ist ein tödlicher Krebs. Er ist untersucht worden und die Untersuchung zeigte, dass er Krebs auch in die Leber gegangen ist. Und er ist ein sterbender Mann. Ist das wahr? Wenn das wahr ist, halte deine Hand auf. Glauben Sie nun? Nichts kann verborgen sein von Gott. Was eben gerade diese Stimme gesagt hat vor einigen Augenblicken, es war nicht euer Bruder hier. Es war Jesus Christus, der meine Stimme gebraucht hat. Nun, kommt es darauf an, was dieser Mann nun für eine Einstellung hat für Jesus, was er erleben wird. Wenn eine Kraft hier ist, die dich kennt und einen Zustand kennt, und du weißt, was das wahr ist. Glaubst du, dass Jesus Christus ist? Wenn er nun wirklich da ist, und sagt, diese Zeichen sollen den gläubig gewordenen Volken. Wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, sollen sie genießen. Glauben sie das. Dann kommen sie. O großer Gott Himmel, lass deine Gnade auf diesen Mann fallen und gib ihm die Heilung seines Leibes und krebs verurteile, dass er glücklich und fröhlich von hier gehen kann und Gott reisen kann und er gesund sei durch den Namen Jesus. Amen. Aber jetzt fühlen sie sich an. Das war's. Das ist nicht dein Leben. Es ist das Leben eines Teufels, der dein Leben herausnimmt. Diese Frau, die vor mir steht, ist eine fremde Frau. Wir kennen die Sprache nicht voneinander. Ich habe sie noch nie gesehen. Und ich sage nur diese Worte, oder der Heilige Geist, denn der Heilige Geist kommt zwischen uns und er weiß, was geschieht. Wenn das wahr ist, halte deine Hand auf. Glauben sie, dass ich der Prophet Gottes bin? Glauben sie, dass dieses Gefühl, das sie nun haben, von Gott ist? Dass sie in seiner Gegenwart stehen, dann schauen sie mich an. Ich sehe ein großes Gebäude, ein Spital, ein Brustkrebs. Eine Frau mit grauen Haaren nicht operiert worden. Ein Brustkrebs im Zimmer haben etwas über ihr Gesicht. Dann wurden sie vom Spital geschickt. Nun gehen sie zu einem anderen an und kommt ein anderer. Das Tod ist auf und rechtlich gekommen. Und deine geliebten die Ärzte haben alles getan, was sie tun konnten für sie. Aber sie konnten nichts mehr tun. Der Teufel hat sie gepackt. Oh, helf nun, lieber Gott, denn es ist in deinem Buch geschrieben. In meinem Namen sollen sie Teufel aufgreifen. Und dieser Teufel, der Krebs genannt wird, du magst vor den Ärzten verborgen sein. und vor seinem Mächter. Aber du kannst dich vor Gott nicht verstecken. Komm heraus aus der Frau. Im Namen Jesu Christi. Amen. Gehen Sie in Freude. Sagen Sie uns am Ende dieser Woche, wie es Ihnen geht. You are going to relive Denken Sie Wenn er Wenn er wusste, was in deinem Leben war, dann weiß er auch, was geschehen wird. Sie werden sich wirklich wieder einmal drei Tage lang 72 Stunden Dann werden Sie sich sehr krank fühlen. Sehr krank, aber Don't be weary Aber büchten Sie sich nicht. Keep testifying of your healing. Betzeugen Sie weiter Ihre Heilung. Gott will be with you. Gott wird mit Ihnen sein. Amen. The Lord be praised Der Herr sei gepriesen And the people said Praise the Lord Und die Leute sagen Breiz dem Herrn Breiz dem Herrn God is Love to be worshipped Gott möchte angebetet sein Halleluja The lady Die Frau Is it stranger? Ist eine fremde Frau Das war Ich weiß nichts von Ihnen Mehr möchte ich mit ihr reden Je mehr ich mit ihr rede um, je mehr offenbart mir der Herr Aber weil so viele noch dort stehen Wenn Gott mir ihre Krankheit sagt Wollen Sie ihm Vertrauen schenken aus ihrem Heilen Dann wollen wir ehrfürchtig sein Während ich ihn nun begegne für Sie Sie sind durch den Arzt untersucht worden Sie wollten Sie operieren Sie haben etwas im Magen Und in der Leber Und Sie haben Gallenschwierigkeiten Der Arzt wollte Sie operieren aber Sie wollen nicht operiert werden Und darum sind Sie hier Und Sie haben gebetet dass Sie eine Gelegenheit bekommen um in diese Versammlung zu kommen Sie sind in einem Zimmer gewesen als Sie dafür beteten Und als Sie gerufen wurden Und als Sie gerufen wurden Sie sind sehr glücklich gewesen Das ist wahr Dein Glaube hat sich geheilt Im Namen des Herrn Jedes Ressourcen Vertreiben Sie ihn Und find that it Die Leitschank macht Im Namen des Herrn Im Namen des Herrn Glauben Sie? Bitte stellen Sie nicht auf Sie stören uns während dieses Gottesdienstes Bitte bleiben Sie sitzen auf Ihren Plätzen und gehen Sie nicht umher Glauben Sie, dass der Herr Jesus Sie gesund machen wird? Sie haben ein Leiden in Ihrer Seite Ein Gewächs auf der linken Seite Sie fürchten, dass es kräftig Sie kommen nun zu mir dass ich mit Ihnen bete dass Sie gesund werden Das ist wahr Als Sie die Hand ausdenken O Herr Gott Schöpfer Himmels und der Erde Sende deinen Segen auf diese Frau die ich segne im Namen Jesu Amen Gehende Friede Gottes sei auf dich Glauben Sie von ganzem Herzen Wenn Jesus Christus lebt heute Abend Ich kann Sie nicht heilen Ich bin einfach ein Mensch Und vielleicht sind Sie nicht hier umgekehrt zu werden Vielleicht sind Sie wegen etwas anderes Ich habe no way of knowing Wie könnte ich das wissen? Aber Jesus der wahr ist Weiß er Und es wird richtig sein was er sagt Wenn das so ist Dann nehmen Sie ihn an Wenn Sie ihn an Dann nehmen Sie ihn an Sie sollten operiert werden Wegen Gallensteinen Wollen Sie frei werden? Nehmen Sie Jesus an Ich lege Hände auf Sie im Namen Jesu damit Sie geheilt werden Amen Gott segne dich Glauben Sie Dann sagen Sie Amen Und ihr, ihr Glaubt ihr auch hier Von ganzem Herzen Weißt du was? Ich bin sicher Das ist etwas geheimnisvolles für Sie Sie verstehen es nicht Aber ich verurteile Sie nicht Sie sind sich nicht gewohnt Sie wohnen an das Übernatürliche Sie verstehen es nicht Dieses Licht und dieses Album Sie sind zwei oder dreimal über diese Zuhörerschaft gegangen als ich hier war Aber ihr wollt euch nicht danach aufstrecken Jedermann von euch sollte aufstehen können und geheilt sein Da ist sie die Kraft Die müssen Sie nun annehmen Schau diese Frau an Sie wollen mich Möchten Sie gesund sein Wenn Gott mir sagt was ihre Krankheit ist wollen Sie ihn annehmen Sie haben Markenbeschwerden Dann gehen Sie nächsten Wenn Sie an den Herrn Jesus glauben Amen Amen All right Diese Frau die dort mich anschaut Diese ältere Dame dort Jedermann kann was man sehen Da ist das Licht über diese grauhaarigen Frau Sie hat Arthritis Sehen Sie auf wenn Sie glauben Diese ältere Dame hier Stehen Sie gut Wenn du glaubst Sie haben diesen Segen gehabt Schwestern Seien Sie gesund Sie haben es verpasst Meine Freundin Ich möchte, dass sie den Segen bekommt Ich möchte, dass sie den Segen bekommt Ihr betrüft den Geistgosten Schauen Sie doch auf und seien Sie bereit Vergesst Ihre Tradition Der Herr Jesus Christus ist hier Können Sie das nicht anerkennen Ich möchte, dass sie den Geist des Unglaubens von euch weggenommen sind Wollen Sie von diesem Asthma befreit werden Haufen Sie die Hand auf und nehmen Sie jeden Tag Gehen Sie und freuen Sie sich Gehen Sie und freuen Sie sich Amen Was ist denn die Sache mit dieser Gemeinde Ihr Leute Wenn das in Afrika wäre Wenn das in Amerika wäre Wenn das in Schweden wäre Dann würden alle diese Leute hier aufstehen und gehen Aber ihr seid nicht richtig gelehrt worden durch eure Parren You don't realize that this is the presence of Jehova God Sie merken gar nicht dass Gott hier gegenwärtig ist Wollen Sie von diesen Magenbeschwerten frei werden Raise up your hand Haufen Sie die Hand auf Do you believe Jesus Glauben Sie Jesus Accept your healing Nehmen Sie die Heilung Gehen Sie nach Hause Amen Amen Gott segne Sie Do you believe Glauben Sie Wollen Sie von Ihren Herzbeschwerten frei werden Dann gehen Sie und freuen Sie sich Der Herr segne Sie Amen Wir wollen dem Herrn danken Preis sei Gott What Lady Frau Sie haben so einen Geist der Finsternis um sich herum Der Geist des Todes Sie haben Krebs Wollen Sie geheist sein Halten Sie Ihre Hand auf und nehmen Sie Jesus Er ist hier Im Namen Jesu Christi Da vertreibe ich diesen Dämonen der Krebs genannt wird Lasst die Frau los Komme heraus Geh und freue dich Giving God's praise Wir danken dem Herrn dafür Amen 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 Glauben Sie Glauben Sie Sing there with that little boy Der Frau dort mit diesen kleinen Knaben Do you believe me to be God's prophet Glauben Sie dass ich der Prophet Gottes bin Wollen Sie von Ihren Markenbeschwerden frei werden Haben Sie diese Beschwerden auch Gehen Sie und essen Sie Jesus hat Sie gesund gemacht Gott segne dich Gott segne dich Halleluja Halleluja Glaubst du Dass du in der Gegenwart des Allmächtigen Gottes bist Und dass ich sein Diener bin Sie haben Nervenbeschwerden Sie haben Herzklopfen Wenn Sie sich ablegen Dann haben Sie Herzklopfen Es ist nicht Herzbeschwerden Es ist ein nervöses Herz Gehen Sie und freuen Sie sich Und seien Sie gesund Im Namen Jesu Freue dich Gott segne dich Have faith Halt glauben Just a minute Einen Augenblick Es ist irgendwo ein Taubergeist Hier sie ist bei diesem Mann Jedermann soll seine Haut neigen Halten Sie Ihre Häupte nicht auf Bis Sie hören dass ich rede Es ist ein Taubergeist Und wir müssen ihn nun aus ihm heraustreiben So wenn Sie nicht taub werden wollen Dann halten Sie Ihren Kopf nicht auf Und schauen Sie nicht umher Bis Sie meine Stimme wieder hören Ich bin hier als ein Fremdling Aber du bist Gott Du kannst alles tun Und ich komme nun in Ehrwurst zu dir Und ich bitte dich Mach dass dieser Taubergeist Diesen Wasser lässt Der Teufel hat es getan Dass er getötet werden kann Bevor seine Zeit kommt Aber du bist hier Um ihn wieder frei zu machen Oh großer Gott Höre mein Gebet Und mach dass dieses Übel ihn verlässt Wenn ich nun als demütiger Knecht Zu dir komme Und biete im Namen Jesu Nun du Taubergeist Ich beschwöre dich im Namen Jesu Komm heraus aus ihm Haltet die Häupte geneigt Haltet die Häupte geneigt Gehör entet Raise your heads Haltense Gahind sie Die intendela Gehör entet Sir Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. All power be given unto him. All power be given unto him. Just a moment. Here is this woman dead too. Now your hands. Hold your hands. You are glad, dear God, upon this woman I pronounce the blessing. I call the blessing of this woman, let the mercy come to her, and I pray for your mercy. This I ask. Ich bitte dies im Namen Jesu. Gebe dir. Amen. Die Frau hat in ihren Augen etwas noch. Die Augen sind noch schlecht. Und jetzt? Sehen Sie mich recht? Sehen Sie mich? Sehen Sie meine Hand? Sehen Sie meine Finger? Können Sie die Finger zählen? Sehen Sie meine Hand? Sehen Sie meine Hand? Sehen Sie meine Hand da drüben auch? Legen Sie Ihre Hand auf meine Nase. Nun sind Sie geheilt. Der Herr hat Sie wieder hergestellt. Sie hatten auch eine Verhärtung der Ellbogen. eine Verhärtung mit Ihren Handgelenken. Es war gerade so wie eine Schnur um ein Handgelenk. Es machte meine Hand so tot. Gerade so wie ein Taubergeist. Der Arzt kann nicht verstehen, warum der Nerv tot wurde. Das einzige was er tun kann, ist was er sehen und fühlen kann. Er weiß, dass ein Nerv tot ist, aber er weiß nicht warum es stirbt. Die Bibel sagt, es ist ein Geist, ein Taubergeist, ein Blindergeist und unterbindet alle Zirkulation. Und wenn die Schnur losgelassen wird, dann wird es besser. Denn der Geist ist nun von dir gegangen. Nun können Sie besser sehen. Ist das nicht wahr? Halten Sie die Hand auf. Wenn Sie mich gut hören, halten Sie meine Hand auf. Gehen Sie und freuen Sie sich und seien Sie gesund. Glauben Sie? Wollen Sie geheilt sein? Sie haben Herzbeschwerden. Wollen Sie, dass Jesus Sie gesund macht? Amen. Dann geh und habt Glauben. Glaubt dies. Wie ist es denn da in der Zuhörerschaft? Glaubt ihr dort drüben? Schaut hier. Schaut hierher. Glaubt. Dort drüben. Können Sie das sehen? Können Sie nicht dieses Licht sehen dort drüben? Es hängt über diesen kleinen Knaben hier. Etwa 16 Jahre alt. Er hat Kopfweh. Gerade dort drüben. Das ist wahr, junger Mann. Ja. Du glaubst. Du glaubst. Wenn du glaubst. Wenn du glaubst, dann steh auf. Steh auf. Dein Glaube hat dich geheilt. Gott segne dich. Amen. Schaut doch. Glaubt. Glaubt. Ich sehe eine Frau. Das Licht hängt über ihr. Derselbe Jehova Gott, der die Kinder Israels führte. Sie hat ein Geschwür in ihrem Magen. Sie ist im Spital gewesen. Und sie haben sie weggeschickt. Sie können sie nicht mehr operieren. Weil sie zu hohen Blutdruck hat. Glauben Sie das, Frau? Wollen Sie es von ganzem Herzen anbringen? Dann geben Sie Gott die Ehre und die Christen. Dann stehen Sie auf. Stehen Sie auf. Jesus Christus hat die Heilung. Glaubt ihr die Leute, die ihr hier seid? Glaubt ihr? Das ist die Zeit, wo jeder angeheilt wird. Glaubt ihr, dass ich der Prophet Gottes bin? Glaubt ihr, dass ich die Wahrheit gesagt habe? Glaubt ihr, dass Gott hier ist? Dann tut was ich jetzt sage, dann tut es schnell. Währenddem der Geist Gottes über die Zuhörerschaft kommt, haltet eure Hände auf und legt einander die Hände auf. Der eine auf den anderen. Haltet einander die Hände auf. Der eine auf den anderen. Haltet einander die Hände auf. Der eine auf den anderen. Haltet einander die Hände auf. Be ready. Seid bereit. Einander die Hände auflegen. Dies ist die Zeit. Da werdet die große Dinge sehen. Oh, Mächtiger Gott. In der Name des Jesus. Der Teufel ist großgestellt. Und Jesus Christus lebt. Du hast nun den Sieg heute Abend. Und als dein Diener. Und als dein Diener. Verrufe ich und weich ich allen Zweifel zurück. Du Zweifel. Du Zweifelsgeist. Komm heraus aus diesem Laufen. Ich beschwöre dich im Namen des Jesus. Komm heraus aus ihnen. Und jeder Mann steht nun auf. Steht auf. Jesus Christus hat dich gesund gemacht. Unber-Left. Teufel Sieg. Du gehst da. Du zweifelst. Und in einem Schlags. Du gehst den Sieg. Und ich beschwöre dich nicht. Ich schaffe dich müssen. Entsteigte nicht für dich. Achtung! ?